Jungen Halbfinale Simon Porsche und wenn ich mich recht erinnere war das letztes Jahr sogar das Finale, denn er spielt hier gegen Flemming Dürre aus Winsberg. Neu beim SC Adelsdorf, der vielfache bayerische Schülermeister aus längst vergangenen 90er Jahren, Patrick Müller. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.